Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Diese Woche bin ich wieder leider alleine und ja, es macht mir nichts aus, wenn die anderen keine Zeit haben. Ich spiele auch gerne für mich alleine weiter. Und ja, ihr seht schon, ich spiele jetzt mit Jake Park, denn Jake Park habe ich schon auf Level 15 gelevelt. Ich habe in den letzten zwei Wochen so auf Dead by Daylight gespielt, das glaubt ihr gar nicht, dass ich meinen Hauptcharakter, Drayte Fairfield, schon komplett auf Level 50 hochgelevelt habe. Ja, und jetzt möchte ich gerne mit Jake Park weiterspielt. Und komischerweise, ich weiß nicht warum, woanders liegt, habe ich mit Jake Park mehr Glück hier, könnt ihr hier oben sehen, mehr Glück als mit Drayte Fairfield. Ich weiß nicht, woanders liegt, aber ich habe mit ihm wirklich mehr Glück. Mit Drayte wäre ich immer noch auf Level 20 geblieben und hier mit ihm locker und blockig. So, jetzt wollen wir nicht mehr lange reden, wir bleiben weiterhin das Opfer. Und natürlich werde ich auch weiterhin nochmal den Killer spielen, aber dann wahrscheinlich erst wieder zu einer anderen Aufnahmestation. Ich glaube, diese Folgen werde ich jetzt dreimal das Opfer spielen, habe ich nichts dagegen. So, wen haben wir im Team? Viglian Flix, E.J. und Carrie Potter. Mr. Carrie Potter ist dabei. Dann herzlich willkommen und ich hoffe, wir schaffen das. Ja, und auch den Jake Park habe ich schon sehr fleißig hochgelevelt, denn ich habe jetzt schon den Saboteur freigeschaltet. Und ich hoffe, ich komme jetzt wieder so gut weg. Denn ich habe es gerade auch auf Spielerrang 16 geschafft. Und ja, ich würde gerne jetzt mal ein paar Ränge höher kommen, dass er nämlich echt nah ist. Aber das ist immer so schwer. Manchmal sind die Mörder so gut, da jagen die einen direkt hinterher. Das ist extrem schade. Und ich hoffe, er ist jetzt nicht dabei. Ich verstecke mich schon mal erstmal hier dran. Sicher ist sicher, weil ich nicht weiß, ob er mit mir in der Nähe respawned ist. Doch, er ist mit mir in der Nähe respawned. Ich kriege mal meistens vor Panik, ey. Weil du nicht weißt, womit ist er ausgestattet. Okay, einer macht schon. Okay, und hier ist leider kein... Ja, kein Werkzeugkoffer. Hm. Ah, da ist einer. Ich hoffe, diese Runde wird es traumhaft werden. Der Mörder kann von mir aus am Ende der Map sein. Ich möchte gerne meine Ruhe haben vor ihm. Und da hat schon mal jemanden, nämlich den Harry Potter. Soll er eigentlich nur ruhig jagen. So, ein Generator ist online. Nein, da ist jemand, okay. Machen wir erstmal hier... Sabotage. Verdammt. Das war ein Fehler. Boah, ich hoffe, der jagt ihn mit anderen. Und ich hoffe, Carrie scheint die Hoffnung nicht aufzugeben. Ah, er hat es geschafft. Und nein. Na klar. Und weg das Ding. Dann wollen wir mal direkt mal hier den nächsten Generator machen. Wenn ich meinen Ton, mein Mikrofon schon ein bisschen anders anhören sollte, dann muss ich ab und zu mal kurz mein Ohr kratzen, denn es juckt ein bisschen. Oh, das kommt mal zu gut. Ich glaube, das müsste die LJ sein. Oh, ich will diese Runde gewinnen. Ich will nicht an den Haken landen. Oh, na super. Und Carrie ist weg. Erstmal ordentliche sabotieren. Ich glaube, wir sabotieren und dann die Generatoren machen. Das ist ein klügerer Schritt. Klügerer Schritt, meine ich. Oh nein. Oh nein. Wigelind-Wigelind-FX. Sollte sie sich lieber beeilen. Oder EFX. Und weg ist es. Oh nein. Mach das hier nicht alleine, Freunde. Okay, mir bleibt es dann noch so übrig. Ich muss ihr helfen. Ich helfe ihm jetzt mal. Okay. Halte durch, halte durch, halte durch, halte durch, halte durch. Mist. Autsch, verdammt. Ich hoffe, er findet mich nicht. Hau, scharf mich. Ja, komm, häng mich auf. Und der andere hat, da bist du auch schon gefunden. Jawohl. Und tschüss. Ich bin mal weg. Genau. Jetzt möchte ich nur wissen, wo die Luke ist. Wo ist die Luke? Da. Und tschüss. Boah, das war jetzt eine Runde, ey. Aber ich hab's geschafft, ich bin entkommen. Boah, das war jetzt... Oh, wie geil. Alter Falter. Mir ist schlecht, diese Runde. So, wollen wir mal gucken. Nehmen wir eben das hier. Ja, du blöder Intitus. Nimm mir alles weg, was ich gebrauchen kann. So, was haben wir denn da für Perks? Niemand wird zurückgelassen. Ich würde aber gerne den Saboteur weiter ausbauen. Und rein da. Arbeiten wir uns doch mal weiter hier. Hier mal hindurch und einmal hier hindurch. So, versuche ich mal in der neuen Lobby beizutreten. Wir haben eine Name. Tandrup und Dinonats und Anton. Anton aus Theor. Und sechs, siebzehn. Oh Gott, ich hoffe, wir schaffen es. Ich habe schon ein bisschen Angst, ne? Moment, ich mach kurz mein Mikrofon aus. Ich muss kurz was trinken. So, da bin ich wieder. Musst du kurz was trinken, hast du gerade tierischen Durst. So, und ich hoffe, wir schaffen das. Bitte, lass das eine gute Truppe sein. Bitte, bitte, bitte. Es ist mittlerweile echt schwer, sich vor den Leuten, vor dem Kinderzugrafen zu verstecken, weil die suchen hinter jeder Ecke, suchen die jetzt ab. Foulige Felder. Die Coldwind Farm. Doch, kann ich. Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Also, Sabotür bringt richtig viele Punkte ein, muss ich auch schon sagen. Bin ich sehr, sehr gut. Ich helfe dir gleich, Moment. Und er hat schon Dinonats. Ich helfe dir gleich, Moment. Boing. Und er wird geheilt. Dinonats wird geheilt. Das sehe ich sofort. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich verstecke mich sofort, weil der Täter kommt niemals auf die Idee, dass man eventuell sich in einem Schrankpaktor steckt. So. Ich muss mal kurz überlegen, welche Richtung wäre am klügsten hinzurennen. Eigentlich ja in die entgegensetzte Richtung. Okay, er hat sich Anton geschnappt. Falle können wir ja auch noch sabotieren. Stimmt, ja. Sollte mir auch zu denken geben. Saboteur. Oh nein. Das wäre erledigt. Ich glaube, der Täter folgt einem Ziel. Die Leute jetzt eher zu verletzen. Nein, wer hat sich denn jetzt da disconnected? Das ist doch so... Das ist doch so assi. Und man sollte die sich disconnecten. Ich weiß, manche machen das mit Absicht. Ja, manche machen das sogar mit Absicht. Nur um... Ja. Nur um ihre Rang nicht zu fehlen. Aber das haben die ja gepatcht. Entfernen wir ja auch. Und dann können wir ja getausch. Dann 뜯en wir ja. Und dann können wir ja wieder damit erledigen. Und dann können wir ja wiederentwickeln. Das ist doch nicht so das. Und dann gehen wir ja zu, ja dann gehen wir ja schon an. Das ist doch alles. Und dann gehen wir ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kaputt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie war die entfernten Gegensatzrichtung? Nein! Wie war das denn? Das war's für mich. Das war's für mich. Schenningerator fix machen. Dann ab die weg. Nichts hier weg hier. Oh nein! Die 180... Verdammt! Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Jawoll. Guck mal, ob ich irgendwo unten Medikit finde. Da. Anton soll sie jetzt bloß nicht hier beschen lassen. Jawoll. Los, schnell verheilen. Wir suchen uns noch mal den Generator. Ich hoffe, sie sind alle sehr schön weit weg. Verdammt! Puh! Und... Sesam öffne dich. Offenbar haben die anderen Leute auch die Haken und die Fallen sabotiert. Kluge Entscheidung. Und er ist schon weg. Wieso ist der schon weg? Boah! Wir haben es geschafft. Einer Falter. Das war jetzt aber sehr, sehr spannend. Und ich habe es geschafft! Ich bin Rang 16! Jawoll! Gut! Wer war denn unsere Mitspieler? Wer war denn unser Böser Mörder? Mörder. WWW 7096 Okay. Keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Aber er hat es uns gehen lassen. Dankeschön! Und ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao!